Auf der Straße steht ein Mann ganz alleine, er schaut auf ein Dach und macht immer und die Leute kommen den Verkehr übergestoppt und kommt der Polizist und sagt sagen sie mal was machen sie denn da, finden sie nützlich? Haltet alle Leute den ganze Verkehr auf? Was kennt sie denn da? Ich sag, lass uns das doch los, jetzt schaut sie doch dort oben das kleine Vögel. Wenn sie jetzt die kleine Liste rutschen, dann säss das in der Sonne.. Stoff die Wien! Vielen Dank.